Das Spritzgießen ist das wichtigste Verfahren zur Massenfertigung geformter Teile aus thermoplastischen Kunststoffen. Betrachten wir daher die Verfahrensschritte, die während des Fertigungsablaufs in einer Schneckenspritzgussmaschine ablaufen, genauer. Der Arbeitszyklus beginnt damit, dass die rotierende Schnecke aus dem Einfülltrichter Kunststoffgranulat in den Zylinder einzieht. Dieses Granulat wird durch die Wärmezufuhr der Heizbänder, die den Zylinder umgeben, und die mechanische Reibung, die bei der Förderung des Materials durch die Schnecke entsteht, aufgeschmolzen und komprimiert. Während die rotierende Schnecke die plastifizierte Spritzgussmasse nach vorne befördert, wird sie gleichzeitig durch das Material, das sich vor der Schneckenspitze sammelt, zurückgedrückt. Die Drehung der Schnecke und damit die Förderung des Materials hält an, wenn die Schnecke eine bestimmte Position erreicht hat. Dann hat sich vor der Schneckenspitze genug Material gesammelt, um das Formteil zu spritzen. Das Formwerkzeug schließt sich und die gesamte Spritzeinheit fährt an das Werkzeug heran. Nun fährt die Schnecke ohne Drehung, angetrieben durch einen hydraulischen Zylinder, nach vorne und schiebt die dosierte Schmelze durch die Düse der Spritzeinheit und die Angussöffnung des Werkzeuges in die Form. Nun beginnt die Formmasse im Werkzeug langsam abzukühlen. In dieser Phase ist es wichtig, dass der Spritzdruck noch einige Zeit aufrechterhalten wird, um die mit der Abkühlung einsetzende Schwindung der Formmasse auszugleichen. Wenn die Masse am Anguss fest genug geworden ist, setzt die Schneckenrotation wieder ein. So wird während der relativ lang andauernden Abkühlzeit bereits wieder plastifiziertes Material in den Raum hinter der Spritzdüse befördert. Wenn sich vor der Schneckenspitze wieder genug Material gesammelt hat, um ein neues Formteil zu spritzen, stoppt die Rotation der Schnecke. Die Spritzeinheit fährt zurück, das Werkzeug öffnet sich und das fertige Formteil wird aus der Form ausgestoßen. Nun wird das Werkzeug wieder geschlossen und der Spritzzyklus beginnt von neuem. Das ist ein sehr schönes Recht auf den proposeten Demonstration. Also ich habe das Werkzeug geöffnet mit einem Observatoren zu verschieben. Also ich habe das Werkzeug noch nicht im Moment. Also ich habe das Werkzeug wieder da, wo man insofern geöffnet wird. Ich habe das Werkzeug wieder begeistert. Ich habe das Werkzeug wieder geschlossen. Ich habe das Werkzeug wieder wie er das macht. Ich habe das ein sehr schönes Recht auf den Film. Genau. Ich habe das andere Geräusch.